Das ist kein Tipp, das kriegst du von mir für schön. Es gibt zwei Schlüssel zum Erfolg in unserem Business. Erst einmal, muss man entspannen. Der zweite Schlüssel zum Erfolg in dieser Branche ist dieses Schmuckstück hier. Es heißt Coca-i. 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 Das ist kein Tipp, das kriegst du von mir für schön. Coca-i. Es gibt zwei Schlüssel zum Erfolg im Business. Der ist mit der Rolle. Und zum Erfolg in dieser Branche ist dieses Schmuckstück hier sein. Coca-i. Auf Wiedersehen. Tag. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ich hab mich. Ich hab mich. Das ist ja ganz leicht. Aber ich habe mich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank!